Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 25. April. Heute geht es um Microsofts Angst vor der EU. Außerdem, Apple gewinnt Fortnite-Berufung, KI-Unterstützung für ungelernte Arbeitskräfte, ein teures Mini-Auto und eine Instagram-Erpressung. Nach einer Beschwerde des Marktkonkurrenten Slack bei der Kartellbehörde der EU will Microsoft künftig davon absehen, Office-KundInnen zur Installation der Kommunikationssoftware-Teams zu zwingen. Die Betreiber von Slack sahen in der Zwangsbündelung der Programme eine wettbewerbswidrige Handlung. Aus Angst vor einer Untersuchung durch die zulässige Behörde will Microsoft jetzt zurückrudern. Wie genau das aber im Detail aussehen soll, ist noch nicht klar. Ebenso ungewiss ist, ob die Maßnahme eine Prüfung durch die EU wirklich verhindern wird. Es ist nicht das erste Mal, dass der Tech-Konzern wegen Zwangsbündelungen mit dem Kartellamt der Europäischen Union in Konflikt gerät. Schon die Verknüpfung von Windows und dem hauseigenen Internet Explorer hatte 2008 die Behörde auf den Plan gerufen. Die Fortnite-Spieleschmiede Epic Games ist vor dem 9. US-Berufungsgericht erneut mit seiner Klage gegen Apple gescheitert. Das Unternehmen hatte dem Tech-Konzern vorgeworfen, durch den App Store ein Monopol auf dem Spielemarkt zu errichten. Vorausgegangen war Epic Games' Weigerung, die 30%-Provision an Apple zu zahlen, die bei einem Verkauf von Fortnite im Store fällig werden. Als Reaktion war das Spiel aus dem App Store entfernt worden. Epic Games sah damit seine Rechte verletzt. Vor Gericht wurde dies aber schon im ersten Verfahren nicht bestätigt und auch in der Berufung konnte das Spielestudio sich nicht durchsetzen. Allerdings darf Apple VerkäuferInnen nicht davon abhalten, Links zu eigenen Bezahlmethoden im Store zur Verfügung zu stellen, bei denen die Provision nicht fällig wird. Dagegen will jetzt wiederum Apple in Berufung gehen. Bei einer Studie der Stanford University des MIT wurden 5000 KundenbetreuerInnen aus einem Top 500 Unternehmen in den USA zur Arbeit mit einem KI-Tool befragt. Die Ergebnisse zeigen Erstaunliches. Offenbar konnten unerfahrene ArbeiterInnen durch die Nutzung der Software ihre Aufgaben um 35% schneller erledigen. Bei erfahrenen KollegInnen war der Effekt dagegen nicht zu beobachten. Selbst wenn sie ebenfalls Unterstützung durch die künstliche Intelligenz bekamen, wurden sie kaum schneller, da sie die Antworten des Programms schon kannten. Weniger qualifizierte Arbeitskräfte könnten also mit Hilfe von KI zu hoher Produktivität auf dem Niveau erfahrenerer Angestellter gebracht werden, was in Sachen Lohnzahlungen für Arbeitgeber durchaus attraktiv sein könnte. Laut einer weiteren Studie der University of Pennsylvania müssen durch die KI-Entwicklung mehr als 20% aller US-ArbeitnehmerInnen bald um ihre Jobs fürchten. Der Kult-Kleinstwagen Isetta bekommt eine Neuauflage als E-Auto, die ab jetzt bestellbar ist. Laut Hersteller Micro Mobility System soll der Zweisitzer eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km pro Stunde erreichen und bis zu 175 km weit fahren können. Allerdings werden die angekündigten Editionen deutlich teurer ausfallen als erwartet. Statt der angekündigten 12.500 Euro soll die limitierte Pioneer Edition mindestens stolze 22.690 Euro kosten. Die Ausführungen Dolce und Kompetizione schlagen immerhin mit 21.690 Euro zu Buche. Aufgrund der Fahrzeugklasse L7e lässt sich auch keine Förderung für das Fahrzeug beantragen. Die ersten Mikrolinos sollen im laufenden zweiten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Durch eine gefakte E-Mail, die einer Influencerin die Aussicht auf einen blauen Haken versprach, haben HackerInnen sich Zugang zu ihrem Instagram-Account verschafft. Die 56-jährige Sheila Suami-Kuse, die regelmäßig Fotos von ihren Yorkshire-Teriern mit 400.000 Followern teilt, soll den unbekannten ErpresserInnen nun 3.000 Euro Lösegeld zahlen, um die Kontrolle über ihr Profil zurückzuerlangen. Die ehemalige Busfahrerin ist am Boden zerstört. Mit einem neuen Account noch einmal von vorne anfangen will sie nicht, den Forderungen nachgeben selbstverständlich auch nicht. Suami-Kuse hat jetzt Anzeige bei der Polizei erstattet und hofft, dass die VerbrecherInnen gefasst werden. Anfällig für Phishing wie in diesem Fall sind laut LKA Niedersachsen hauptsächlich InfluencerInnen, die ohne Agentur oder Management agieren. Das war es auch schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de. Anzeige 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 Untertitelung des ZDF, 2020